WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ampel muss nicht zu früh aus dem Gas hier sein, das kann man übersteuern, das muss man eben in den Griffbögen haben. Ampel Was ist los? Hat sich einer weggedreht? Die Idee hier an der Mausenfalle, an der Kuppe? Nee, alles da? Super. Okay, wir sammeln uns nochmal alle. Okay, wir sind hier an der Kuppe, wir sind hier an der Kuppe. Und weiter geht's. Okay, wir sind hier an der Kuppe. Okay, wir sind hier an der Kuppe. Okay, wir sind hier an der Kuppe. Wir fassen nicht zu hart rein, ja. Wir geben dem Fahrzeug ein bisschen Zeit zur Erholung. Wir fahren kein belgisches Weißel durch. Wir fahren zum Versch. Okay. Okay. Was wir in der Zeit machen können. Das ist ganz schön für so eine saubere Ideallinie. Okay. 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 Wir fahren jetzt weiter unten über die Körbe. Wenn wir reingehen, wir sind nicht so sehr. Hier sind Scheitelpulsen auf links. Auf links wird dann das Scheitelpulsen weg. Das ist die Streckenbereiche. Schön, ja klar. Wir sind hier bei der Kuppe. Wir sind hier auf den Kuppen der Senke. G, wenn man auch schön an die gebratener Warten. Hier kann man sich schnell verstanden. Ein Lenkwinkgel halten. Später scheitelpulsen wenn die Kuppe kommt. Und wir können dann schön rausgehen. Wie wir die Kuppe gesehen, wir sehen, dass sie im Körbe am Teil sind. Sie haben aber den Windkraftwerk hier oben. Das hat man alles gesagt. Und das hat es wegen gesehen. Ansonsten. Traum mit den Fakernkern, die Hyder ist und kommt zur Indenkrise, die Permissionen zu verarbeiten und durchfangen. 700. Ansonsten. 2. 2. 3. 4. So, wir ansetzen jetzt einen Blinker und fahren dann wieder in die Böcke zurück. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.